Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den nächsten Deal der Black Friday Woche 2020. Diesmal geht es um ein wirklich praktisches Gadget für alle, die schon immer mal eine Endoskop-Kamera kaufen wollten. Jetzt gibt es nämlich die Wifi-Endoskop-Kamera von Kaisi, die ich persönlich schon sehr, sehr lange verwende im Angebot. Standardmäßig kostet das Ding 47 Euro. Es ist allerdings jetzt reduziert auf 44 und zusätzlich bekommt ihr nochmal unter dem Produktpreis einen 12% Rabattgutschein. Und damit kostet das Ding unter 40 Euro. Was sich definitiv lohnt und natürlich was die Kamera kann, das zeige ich euch gleich einmal. Wie immer findet ihr den Link zum Deal einmal in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Wenn ihr Fragen zum smarten Wifi-Endoskop habt, gerne einfach alles einmal in die Kommentare schreiben und ich versuche selbstverständlich so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Das Wifi-Endoskop, was ich euch heute vorstelle, hat eine Länge von 3,5 Metern. Für jeden, dem das jetzt etwas zu kurz ist, es gibt es auch noch in 5 Meter und 10 Meter Länge. Jeweils dann ungefähr, kann man sagen, 10 Euro teurer. Aber von daher schaut euch da definitiv um. Mir persönlich reichen 3,5 Meter und da habt ihr auch ein Wifi-Endoskop, was sehr, sehr einfach zu bedienen ist, was ihr schnell eingerichtet habt und was ihr vor allen Dingen effektiv einsetzen könnt. Ich persönlich nutze das Teil tatsächlich sehr viel, um hinter Wände zu schauen, um mal kurz zu gucken, auch dementsprechend, ob ein Fallrohr frei ist. Und dementsprechend kann man natürlich auch sehr, sehr schnell sehen, taugt denn sowas überhaupt etwas in dieser Preiskategorie oder muss man tiefer in die Tasche greifen. Ich persönlich bin begeistert davon und muss wirklich sagen, ich bin auch begeistert davon, dass ich positives Feedback bekomme. Immer wieder von euch, weil viele von euch das mittlerweile im Einsatz haben und viele mich dann auch gefragt haben, ob ich nicht mal Ausschau halten kann, wann denn wieder ein Deal kommt. Und hier tatsächlich sehr interessant, das Wifi-Endoskop selber bietet zunächst einmal 1080p HD Video. Das ist super praktisch, zumal das Ganze mit Akku betrieben wird. Das heißt, ihr braucht hier keinen Feststromanschluss, sondern könnt einfach das Endoskop aufladen und könnt dann direkt loslegen. Und dann habt ihr natürlich die App-Kopplungsmöglichkeit über die App. Das heißt, über euer Smartphone könnt ihr dann das Ganze mit Kamera-Live-Ansicht verfolgen, könnt selbstverständlich Fotos machen und könnt auch Videos machen von euren Fahrten. Was ich hier besonders gut finde, ist, dass am Ende des Kabels direkt an der Kamera im Prinzip kreisförmig eine LED-Leuchte angebracht ist. Das heißt, ihr könnt auch perfekt die dunklen Stellen dann ausleuchten und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ebenfalls positiv ist, dass ihr verschiedene Aufsätze einmal für die Cam bekommt. Das heißt, ihr könnt einmal hier mit Spiegelaufsatz um die Ecke gucken und habt dementsprechend verschiedene Winkelaufsätze eigentlich für jeden Einsatz damit optimal geeignet. Selbstverständlich ist das Ding auch wasserdicht. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hatten mich letztes Mal noch viele gefragt von euch. Natürlich ist es wasserdicht. Das heißt, ihr könnt auch ohne Probleme, so wie ich das auch gerne tue, beispielsweise in ein Fallrohr reingehen, wenn sich dort Wasser gestaut hat etc. Macht das dem Ding gar nichts. Von daher funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut. Die Kopplung und alles weitere, was mit der App zusammenhängt, ist kinderleicht. Hier braucht ihr kein technisches Vorwissen. Auch das funktioniert ohne Probleme und ihr könnt dementsprechend natürlich die Cam sehr, sehr schnell, effektiv und fast schon via Plug and Play zu Hause einsetzen. Wenn ihr Fragen zur Cam habt, wie gesagt, stellt gerne alles einmal in die Kommentare. Natürlich beantworte ich immer alles gerne und so schnell wie möglich, dass ihr noch diesen Deal rechtzeitig wahrnehmen könnt. Link zum Deal findet ihr einmal in der Infobox. Jetzt könnt ihr euch das Wifi-Endoscope mit 3,5 Meter Länge einmal unter 40 Euro sichern. So günstig war es tatsächlich noch nicht, deswegen nutzt das definitiv aus. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare schreiben. Bis dahin würde ich mich unfassbar freuen, wenn ihr mir hier auf YouTube ein Abo dalasst. Gerne natürlich auch die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Habt ihr weitere Fragen zu Smart Home und Technik, guckt auch gerne mal in der Telegram-Gruppe vorbei. Diese findet ihr auch unter dem Link einmal in der Infobox vom Video. Dort sind super viele Smarties am Start, die euch gerne jederzeit weiterhelfen mit all euren technischen und Smart Home-technischen Fragen. Super Community, nutzt das aus. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.